Hallo und herzlich willkommen zu Let's Your Play Left 4 Dead 2 mit mir dem Scheidel und dem Meep, wie man hier auch in der Lobbyes hier sehen kann. Ja genau, wir haben uns überlegt, wir könnten eventuell, weil wir beide Left 4 Dead 2 haben, die Kampagne, also die Offline-Kampagne zusammen spielen. Offline? Ja, die Online-Kampagne eigentlich, die man auch offline spielen kann, dann alleine, aber die kann man hier dann zu zweit und maximal zu viert spielen. Aha. Und jetzt haben wir uns ja gedacht, hier, ja, nehmen wir einfach mal auf und schauen wir mal. Und ja, ich würde sagen, leg mal los. Ja. So. Es kann jetzt, es kann jetzt ein bisschen laut werden am Anfang. Ja. Da so ein Helikopter einfach irgendwo landet und uns wegvögelt. Und jo. Ihr könnt es auch mal in die Kommentare schreiben, ob wir, äh, jetzt wollt, ob wir jetzt hier, äh, hier die ganze Kampagne wirklich durchspielen. Oder nur so ein paar Folgen lang. Die geilsten Kampagnen. Ja. Müsste uns dann halt sagen. Also ich wäre dafür, die ganze Kampagne durchzuspielen. Wäre ich auch so für. Na, es ist, glaubt, gar nicht so laut. Also ich habe jetzt mal, äh, alles auf, die minimalste Lautstärke. Hm. Habe ich auch. Habe ich auch gesehen und komme nicht wieder. Glaubt der Weg zum Einkaufszentrum rüber. So. Dann nehmen wir uns mal hier Waffen. Die Duel. So. Okay. Akembu-Modus. Ja. So, dann gehen wir mal los hier runter. Und wir sind halt auf so einem Dach von irgendeinem Gebäude. Und jetzt müssen wir einfach nur Zombies töten. Töten. Zombies. Auf dem passiert das ganze Spiel. Es gibt keine Vorgeschichte. Also vielleicht im ersten Teil, aber den haben wir beide nicht gespielt. Ja. Boah. Ich mach nur eine Tür. Auf einmal, es stehen so 20.000 Zombies vor mir. Okay, hier ist irgendwas. Hier sind so Tabletten bei mir. Komm zu mir. Wuppel. So. Ah, okay. So, liegen so Tabletten auf dem Bett. Kann man sich einschmeißen. Und Jockey sitzt auf... Was? Ist mir egal. Das bin ja nicht ich. Oh, 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 oh. Scheiße. Was denn? Okay. Ich wurde gerade ein bisschen angefickt. Boah, schau mal, wie viel Blut da auf dem Bett ist. Das wird hier da auch so viel Blut schon, oder? Der Typ hat mir einfach mal ein paar Gedäme herausgerissen. Oh, ja, mir geht's gut. Boah, fahrt sich hinter dir. Boah. Boah. Ein Bum ist auf ihm geplant. Er hat mich vollgekotzt. Ich sehe einfach jetzt gar nichts. Boah. Einfach mal irgendwie random. Ja, ich weiß nicht mehr, wo, in welche Richtung. Okay. Boah. 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 What the fuck. So, wo müssen wir jetzt überhaupt hin? Und das ist also der Handlung. Okay, der Aufzug ist aus. Ach, wir müssen irgendwie über außen dann wohin, oder? Wie über außen? Gehen wir einfach mal hier lang. Boah. Oh, Feuer. Ne, da gehen wir nicht. Wir gehen da durch den... Wir gehen... Jetzt gehen wir weg. Ja, wir gehen da durchs Dach drauf. Oder an dem Feuer vorbei, weil wir da, glaube, entlang müssen. Glaubst du? Ja, und jetzt gehen wir nicht in mein Schussfeld. Ne, das könnte ich auch die ganze Zeit sagen. Boah. 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 explodiert man da war ich glaube wir sind falsch umgegangen das glaubst du ja man ist doch scheiße das hat lieben nee nee dieser die geschaut anders aus das ist eine usb oder und p9 pp 99 ist die mw3 foto bin jetzt geht weg da und ich werde fast untergefallen ist also am abnippeln ich sehe ich sie gerade dass ich extrem abnippeln er hat da geht es lang hier da geht es runter erwarten ich weiß nicht einfach mal tabletten ein naja genau das vor der ganze gang vor der tat das sind jetzt die fibrillate nimmst du die fibrillate hoch 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 jo da du e fort feuer um kein medipack hast kann ich hier durch springen nee kannst nicht gehe außen rum am fenster sims warte ich kann hier ja ich komme wo eine kettensäge ich will die kettensäge haben da ist die kettensäge drinnen kettensägen kettensägen sind geil ja kettensägen sind echt lustig aber ich setze lieber auf pistolen jetzt laufst du wieder kommen in meine richtung hier vor allem ist so ihre war scheiße wach vor jetzt sitzt irgend so ein Ding auf mir hilf mir doch mal ja Moment ich muss erst mal hier boah Barbara dann doch bei 8 gesundheitlich verarzt mich jetzt mal hier hallo dann haltet sich nicht der auf die weg von mir und tötet die wir zum wohnen ist weil ich auch extrem ja es ist die kettensäge glaube in den aufzug müssen warten sie bis alle bereit sind schnettel Euro ja auch die brauchen wir dennoch ich bin ja dadurch brauchen wir nicht oder die Pistik wir können wir überhaupt nicht zuhören was sie da sagen Bobi das ganze Ding jetzt voll geraucht wird sie gar nix mehr ich auch 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 geht es kommt auf dem auch hier mit die Uzi oder so was ja ja vor allem warum Spray Power überhaupt nicht laut ich werde einfach mal das Ding vor ich fange mal irgendwie vor ja mach ich auch Gott einfach vorschießen wieso okay okay da liegt ein Medipack ist meins da liegt ne Shotgun und dann noch ne Pistole what the fuck was denn die Ding äh die äh Ding hat ne äh Dingbegrenzung was hat ne Dingbegrenzung ja ja hat so ist die Benzin die Kettensäge das wird aufgebracht ja ich weiß deswegen ist sie ja scheiße das ist ja voll scheiße ja eben warum hab ich die genommen du wolltest die nehmen wie gesagt nimm lieber die Pistole warum ja trotzdem hab ich dachte weil einfach Pistole Fernkampf besser ficken ne boah 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 irgend so ein fetter Typ Charger heißt der okay mit mich weil ich sie überhaupt nicht ja ich auch nicht es verbirgt also da hinten wüsste schon was verbindet der Rocher nicht wirklich das ist einfach alles brennt boah scheiße okay da geht's lang da geht's lang rumspread power activated boah boah es ist es ist eine Horde von Zombies um mich da hinten ist der Schutzraum boah 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 ho ja ich stehe Scheidel B steht super ja ja schlecht ist super ich bin ich hoffe ich bin Mann was ist es eigentlich für ein Profilbild bei dir sind die Dropkick Murphys doch ja okay okay bad cool Schleichgebung für die Dropkick Murphys kennst sicherlich State of Massachusetts oder so aha es ist bekannteste das Zeiter später okay äh nehmen wir ein Stück auf und splitten das dann oder ja 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 wenn das dein deine Festplatte packt achso ja hoffen wir mal oder schauen wir jetzt erstmal wie wir wir beenden jetzt erstmal den Part oder ja okay beenden wir den Part und dann ähm schauen wir einfach oder ja dann dann schauen wir mal das okay wir sind jetzt eh hier ja wir haben in unserem Schutzraum und und aus irgendeinem Grund gehen wir dann raus und dann werden genau also bist du nicht tschö 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 tschö